Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Heute mit den Leveln vom guten Alex. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe schon mal ein paar Level von dir gespielt. Auf jeden Fall hat er mir zwei neue geschickt. Er meinte, ich soll erst den spielen, dann den zweiten. Und, äh, Freunde, ich glaube, ich werde es dann auch in diesem Part nur bei zwei Leveln belassen. Einfach, weil der letzte schon echt lang war. Hm. So, was ist das hier also? Okay. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, mein Freund. Ich musste erst eine Sekunde überlegen, aber das ist eine coole Idee. Zack. Äh, hier runter? Nee, du verarschst mich. Hey. Nice. Okay. Was passiert hier jetzt? Irgendwas? Ah, ich muss hier wahrscheinlich jemanden noch raushauen. Ja. Dann kommt da oben der P-Switch. Aha, P-Switch-Adventure. Macht jetzt auf einmal Sinn. Hm, hm, da, 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 da. Oh, und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die P-Switches sind jetzt blau. Ah. Na, super. So viel zur Ungeduldigkeit. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Okay, ich feier die Idee. Und natürlich muss ich warten. Ba-da. Oh, zack. Okay. Was passiert denn jetzt? Aha, aha. P-Switch da unten ist er auch schon. Okay. Follow me, mein Freund. Follow me. Äh. Ich glaube, ich muss die auch runter, einfach damit der P-Switch mitkommt. Ansonsten würde er, glaube ich, die spawnen und das wollen wir alle nicht. Und jetzt will ich hier drauf. Okay, jetzt ist die Frage, was bringt das mir? Wollte ich einfach nur auf den P-Switch? Ah, okay. Ich musste hier her. Sehr schön. Also, ich muss sagen, ich feier die Idee. Das ist echt nice. Vor allem die, äh, ganzen kleinen, äh, Show-Einlagen, nenne ich sie mal. Wie man in den P-Switch kommt. Hi, mein Freund. Ich schätze, ich würde sterben, wenn ich auf ihn springe. Nur so ein Gedanke. Da-da-da-da-da. So. Ah, zack. Hm, hm, hm. Warum tust du mir so was an? Warum tust du mir so etwas an? Ich dachte, ich muss nach links springen. Ich dachte, ich muss nach links springen. Ich dachte, ich muss nach links springen. Oh Gott. Leute. Deswegen sage ich, ich sollte weniger denken. Pferde haben den größeren Kopf. Das ist deren Job, nicht meiner. Oh Gott. Hm, 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 hm. Und danke. So. Bam. Und runter. Zack. Das alles kennen wir ja schon. Oh Gott. Ich hätte vielleicht warten sollen. Wie gesagt, warten ist nicht meine Stärke. Okay. Du-du-du-du-du. 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 Ah. So. Zack. Und durchrennen. Ba-ba-ba-ba-ba-da-da. Und auch. So. Wir mussten ja wieder warten. Nein, mussten doch. Mussten ja. Okay. Äh. Geh du auf jeden Fall weg. Da. Du-du-du-du-du-du. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da-da-da. War das nicht nur auf der Arbeit das so richtig getimed zu bekommen? Ich schätze mal schon. Ah, fuck. Muss ich klein sein? Oh, nein, muss ich nicht. Ich hätte auch einfach warten können. Statt in den Tod zu springen. Wie ich es getan habe. Verdammt. Wie bin ich vorhin? Oh, ich bin in die Piranha-Pflanze gerannt. Sehr schön. Eine Meisterleistung von mir. Oh Gott, Freunde. Ich schäme mich ein wenig. Okay. Was soll's. Hm, 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 hm. So, wir rennen eine Runde. Zack, zack. Okay. Diesmal warten. Moment, nein. Das war noch nicht hier. Ähm. Bei der Piranha-Pflanze könnten wir theoretisch einfach durchrennen. Oder wir warten einfach später. Badab-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Wir warten einfach. Und dann rennen wir hier durch. Zack, 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 zack. Zack. Wenn ich jetzt den P-Switch da raushaue, passiert eigentlich was. Okay. So, diesmal warten wir hier. Nicht einfach vorallig wegspringen. Yay. Okay, wenigstens hast du daran... Ich weiß nicht, ob du daran gedacht hast, oder ob das mehr Zufall war. Auf jeden. Oh Gott. Okay. Das geht natürlich auch. Hm, 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 hm. Gut. Ich kann nicht in den P-Switch reinlaufen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das war natürlich sehr schön. Ich dachte, ich lande noch drauf. Ah, Gott. Leute. Was ist denn los mit mir? Ich kann in letzter Zeit echt gar nichts mehr hinbekommen. Da-da-da-da-da-da-da. Ich glaube, ich lasse es danach auch mit den Aufnahmen. Ah, Gott. Ist mir leid. Ich hab ne Weile nicht mehr gezockt, weil ich halt auch einfach nicht aufnehmen konnte. Ihr wisst schon. Bla-bla-bla... Die üblichen Ausreden, zu viel Stress, zu wenig Zeit Und so weiter und so fort Das übliche, meine Freunde, das übliche Auf jeden Fall Hoffentlich bekomme ich das schnell wieder hin Okay, wir rennen hier nach oben Und in diesem Mal schaffen wir diese Runde auch hoffentlich Ich schätze, im nächsten Part werden wir einfach ein paar Eventlevel zocken Obwohl, ich habe da noch den guten Zuke YouTube Oder YT oder wie auch immer man dich nennen soll Ich habe noch ein paar Level von dir, die ich zocken muss Oh Gott, ich dachte, ich bin zu früh losgerannt Ja, dann machen wir ein bisschen kaputt Einfach, weil wir es können Okay, ich dachte, ich sterbe Knapp Okay, diesmal da nicht runterspringen Weil das wäre echt suboptimal Ich finde schade, dass Mario nicht hochgucken kann Außer in Mario World Weil hier kann man nicht so schnell mit ihm tanzen Okay, was soll's Ähm, geht da runter, mein geliebter P-Switch Zack Sehr schön Und wir sind drin Ich glaube, man braucht nicht mal den P-Switch dafür Ich hätte einfach von dem, äh, Totenkopf-Ketten-Ding da rüberspringen können So, jetzt warten wir einfach Wir hocken uns hin Und warten Ich finde die, äh, Duk-Animation aus Super Mario Bros. 1 einfach so blöd So, diesmal drücken wir nicht diesen Knopf Diesen Block betätigen wir nicht Bleiben wir drauf In der Hoffnung, dass wir nicht sterben Wir sind nicht gestorben Sehr schön Hey, hey, extra leben Okay Tut, 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 tut Sehr schön Und Ziel Nein Natürlich nicht Äh, Ziel Sehr schön Oh, nice Okay Erstmal eine Runde strecken Okay, oh, habt ihr eigentlich mein tolles T-Shirt bemerkt? Moment Eine Runde aufstehen Uh Space and Waders Was, Rekord? Yeah, ich bin der Weltrekord, mein Freund Wuhu Äh, auf jeden Fall ein Stern Die Idee war saugeil Kommentieren tun wir nicht Weil die Aufnahme sonst zu lange dauert Okay, beenden Und, äh, was war der zweite Level? Hm, 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 hm 1xb9 So fängt die Idee an Okay, dann schauen wir mal Äh, Peacewitch Adventure 2 Ist das das? 1xb9 0129FF5 Klar Sehr schön Dann spielen wir das noch Und das war's dann für den heutigen Part Peacewitch Adventure 2 Sehr schön Okay 1 Hm, 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 da, 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 da Ähm Ah Interessant Interessant Okay, sehr schön Wow, wow, aufpassen, 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 aufpassen Und 2 Jetzt warten wir eine Runde Okay Das ist, das ist schon echt cool gemacht Ich, ich muss sagen, ich feiere die Idee Da, 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 lande ich drauf? Ich lande drauf Sehr schön Da, 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 da Diesmal mit Checkpoint Das ist natürlich auch viel, viel schöner Da, da ich nicht alles wieder von vorne machen muss Wenn ich einen blöden Fehler mache Hm, 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 hm Sehr schön Haha Und er drückt ihn Ja, drück, drück, drück Sehr schön Hm, hm, da, da Ah, kann ich? Ah, Gott Ist das dein Ernst? Wieso tust du mir so was an? Ah Fuck Du bist ein Arsch, mein Freund Du bist einfach ein Arsch Ah, Gott Tweeting. Okay. Okay. So, extra Leben. Sehr schön. Und diesmal nicht den Blog betätigen. Was hast du mit deinen Bloopern und den Blöcken, Alter? Ich kann es nicht verstehen. Und wow, ist es auf einmal dunkel draußen geworden. Als die Folge begonnen hat, war es noch hell. Okay. Zack, zack. Diesmal nicht den Blog betätigen. Und hier warten. Wegen dir kann ich nie mehr deinem Blog vertrauen. Ich meine, das war schon klar mit dem Beginn von Mario Maker, aber trotzdem. Yay. Ein Ding vom Checkpoint. Und... Ja, oh Gott. Nummer vier. Eine Bob-Bomb. Den brauche ich hier oben. Komm her. Komm her. Okay, zack. Und zack. Ah. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, hier rein. Und das war's auch schon. Sehr schön. Hm, 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 hm. Okay, okay, okay. Schnell. Pips, wups, wie... P-Switch. Achso, P-Switch. Da-dam. Äh, Hashtag zwei. Ah, Nummer zwei. Okay. Okay. Ah. Warte. Ach komm, es geht noch weiter. Oh Gott. Da-da-da-da-da-da-da-da. Hm, wenn ich da lang gehe, kann ich da lang gehen. Äh. Ich schätze, ich will diesen Weg gehen. Ich bin mir nicht sicher. Da-da-da. Okay. Ah Gott. Dann warten wir noch mal eine Runde. Äh, ich muss noch da oben. Also gehe ich hier lang. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Yay. Nummer fünf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum? Warum? Was soll das? Womit hab ich das? Denn nur wer er dient. Ah Gott. Okay. Ich weiß nicht, was gerade auf einmal passiert. Aber es passiert. Hm, hm. Da-da-da. Da-da-da-da. So. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beim letzten Ding einfach direkt durchrennen muss oder nicht. Hm, hm. Da-da-da-da-da. Da-dam. Okay. Zack. Huuu. Huuu. Huuuhu. Okay. Und. Bam. Jetzt ist die Frage, soll ich einfach durchrennen oder soll ich warten? Äh, ich musste hier lang, dann muss ich hier hin, nach da oben. Dann warten. Um nicht verbrannt zu werden. Dann musste ich hier hoch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okidoki. Ich warte einfach eine Runde. Okay, ich meine, wir gehen ja nicht vom Warten drauf. Hoffe ich mal. Na, wir haben 500 Sekunden, alles ist klar. Ah, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich drücke den lieber jetzt mal. Das ist die Frage, wollte ich das oder wollte ich nicht. Äh, macht keinen Unterschied. Okay. Sind wir im Ziel? Nein, sind wir nicht. Vielleicht wollte ich das nicht. Oder? Und du drückst den P-Switch? Ja. Und wir sind da. Okay, wenn ich es hier noch rechtzeitig raus schaffe. Oh Gott. Oh Gott, wir sind immer noch nicht im Ziel. Mann. Komm schon, Nummer 7. Oh Gott. Checkpoint. Na super. Äh, was soll's? Wir rennen einfach hinterher. Ah. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Das war cool. Da runter wollen wir auf jeden Fall nicht. Du drückst nämlich den P-Switch. Nett von dir. Ich springe schon mal. Ach komm. Nun gut. Ich hoffe, ich überlebe das alles noch. Okay. Und auf nach hier. Okay, okay, okay. Und, 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 und. Komm schon. Okay. Von mir aus. Und wir haben es geschafft. Yeah. Ah, okay, in die Tür mussten wir vorhin rein. Sehr schön. Mario hätte eigentlich auch von Anfang an nach rechts gehen können. Ich meine, diese komischen, was weiß ich, Plättchen, was auch immer das ist. Oh Gott. Mein Rücken. Weltrekord. Mein Rekord. Sehr schön. Auf jeden Fall schon wieder ein Stern. Dann würde ich sagen, Leute, war es das für heute. Mein Name ist Titus. Und wir, Bernd Niesener will das, was wir heute, das habe ich gerade gesagt. Bis dahin und ciao.